Die Evolution der Dynamik. Der CMP-Motor von SEW Eurodrive. Was ist Ihnen besonders wichtig? Aus nur einem Baukasten wählen Sie Getriebe und Motor, schnell, einfach und individuell auf Ihre Anforderung abgestimmt. Mit Sicherheit bieten wir Ihnen die ideale Kombination aus Millionen von Antriebsvarianten. Alle Getriebearten können mit dem CMP-Motor ohne Adapter direkt und formschlüssig kombiniert werden. Die skalierbare Geber-Technologie passt sich in Performance und Preis ganz an die Anforderungen Ihrer Anwendung an. Die überlagerte Motion-Steuerung MOVI PLC lässt keine Wünsche offen. Die Steuerung liefert die Bibliothek für die Bahn-Algorithmen. Die Motoren liefern mechanische und regelsteife Präzision. Zusammen mit den Umrichtern MOVI Drive oder MOVI Access ergeben sich leistungsfähige Paketlösungen. Der CMP-Motor arbeitet fein abgestuft im Bereich von 1,9 bis 179 Newtonmeter Spitzendrehmoment in sechs Baugrößen. Je geringer die Rotorträgheit, desto höher die Eigenbeschleunigung. Der aktuell größte verfügbare Motor, CMP-100L, erreicht 3000 Umdrehungen in nur 7 Millisekunden. Ein über die Zeit gereiftes, qualitativ hochwertiges Produkt erfordert optimal angepasste Maschinenkomponenten. Mit den träghaltsarmen CMP-Motoren sind auch im Direktanbau 1200 Takte spielend realisierbar. Der CMP-Motor setzt neue Maßstäbe bei der Drehmomentdichte. Abgestuft in drei Baulängen ist der Motor um bis zu 32% kürzer und um bis zu 49% Drehmomentstärker als sein Vorgänger. Wählen Sie die passende Bremse aus zwei Typen mit je zwei wählbaren Bremsmomenten. Die Bremse BP wird in hochdynamischen Applikationen eingesetzt, wenn die Haltefunktion im Vordergrund steht. Die leistungsstarke Bremse BY wird bevorzugt, wenn auch bei zyklischem Einsatz aus hoher Drehzahl eine lange Lebensdauer gefordert ist. Je größer die Rotorträgheit, desto robuster und steifer regelt der Antrieb schwere oder variable Lasten. In der Baustoffindustrie ist der Synchronmotor CMP-Z mit schwerem Rotor und leistungsfähiger Arbeitsbremse eine echte Alternative zu Asynchronmotoren mit Geber. Bei mitfahrenden Antrieben minimiert die geringere Motormasse die bewegte Last. Das glatte, kompakte Design passt in jede Konstruktion. Nutzen Sie die neuen Chancen in der Maschinenkonstruktion für hohe Dynamik oder schwere Lasten. Bauen Sie sich Ihren individuellen Anpassungs-Champion aus unserem Motorbaukasten. Der neue CMP. Die Evolution der Dynamik.